Dann gibt es noch die Kreativ-Kategorie. Da haben wir dieses Jahr praktisch mit der Cheesy Gonzales daran teilgenommen. Das ist eine mit Cheddar, Chalapeno und etwas Peppertü-Früchten, etwas feinerte fränkische Bratwurst. Und unsere Kreativ-Bratwurst ist ein Cheddar Chalapeno, schön cremiger Cheddar mit so einer fruchtig scharfen Note im Abgang vor allem. Es gab aber auch so ganz abgefahrene, krasse Kreationen, wie zum Beispiel...